Ja, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt und herzlich willkommen zu Let's Play Blitzkrieg 1 mit der historischen Mission Operation Typhoon, wo wir wieder verschiedene Aufgaben haben. Darunter greifen sie den nördlichen Verband an, sie müssen den Feindverband im Norden binden, um ihn von der Versteckung abzuschneiden. Brechen sie durch die Linien, brechen sie durch die Verteidigungslinien, wir erwarten mittelstarken Widerstand. Was ist mittelstark, bitte schön, entweder starken oder schwachen. Nehmen sie das gegnerische Depot ein, damit wir unsere verrückenden Truppen versorgen können. Achtung, das Depot ist mit Flak gesichert. Okay, er luften. Völlschirmweger ist also nicht möglich und erobern und zerstören oder zerstören sie den Bahnhof oder zerstören sie ihn. Ich versuche ihn zu erobern. Wenn es mir da zu heikel wird, werde ich den zerstören. Also, werde ich wahrscheinlich mit Artilleriegranaten noch freuen. Vielleicht erober ich den Mörser, dann kann ich Rauchgranaten draufschießen. Ansonsten hätte ich auch Bitsen nehmen müssen, die können auch noch die Rauchgranaten abfeuern. Das kann ich mit der Artillerie nicht. Oh, ich muss mal ganz kurz was trinken. Ne, ich bin so eine trockene Kehle. Missionsbeschreibung, werde ich mal kurz hier runter scrollen. Könnt ihr ja immer Schritt für Schritt anhalten und das durchzulesen. Und dann starte ich einfach mal in der Mission und guck mal, wie die Lage dort ist. So, da bin ich jetzt wieder. Die kenne ich noch die Mission. Am besten seid ihr da oben aufgehoben. Ein bisschen habe ich noch was behalten. Das ist schon lange her, aber genau, hier waren die Stellungen. Hier konnte man auch durchbrechen. Die war, glaube ich, schwächer. Hier oben ist auch noch eine Armee. Hier sind welche. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, an diesem Punkt war Flak. Ah, das ist da die Stadt, also die wir einnehmen müssen. Hier sind Kasernen. Der Bahnhof. Und hier bin ich mir nicht sicher. Das sieht nämlich danach aus, als würde hier entweder auch eine Flak-Stellung sein, die die Stadt schützt. Oh, ich höre einen Zug. Na super, da haben sie auch noch Züge. Oh, Flieger. Schnell, 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 schnell. Du kommst hier hin. Du kommst hier hin. Alles bereit. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin dabei. Bin dabei. So. Schnell. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Sofort. Umdrehen. Hier. Hier. Unterwegs. Melde mich zur Stelle. Bestätigt. Gehen Sie um sein Ziel. Ja, hab ich. Schieß. Los. Genau. Das Ziel kriegst du gerne. Ja, das wird mein... Gruppe Nummer 1. So, mit dem... Oh, oh. Alter Falter. Bereit. Gleich meine Flak zerstört. Ich glaub's nicht. Hier. Gib mir Deckung. Okay. Ja, jetzt hab ich's. Hier wird wahrscheinlich der Zug sein. Das sieht nämlich aus, als würde es von den Schienen kommen. Und hier. Das heißt... Ich muss irgendwie... So gut wie erledigt. Oh, ein Bien. So gut wie erledigt. Bitte keine Infanterie, bitte nicht. Bin dabei. Ich schleiche mich einfach hier durch. So gut wie erledigt. Und dann schlage ich mit meiner Artillerie seine zu Klump. Gib mir Deckung. Muss nur schnell sein. Ansonsten hab ich massiv Probleme. Ich kann mich hier nicht so richtig vorbeischlängeln. Äh... Bin dabei. Das ist grad so ein Problem. Bin dabei. Ich kann höchstens sagen, du gehst hier hin. Scharfschütze bereit. Bin dabei. Kann ich hier lang... Ja. Bitte entdeckt mich nicht. Ich will mich im Sumpf verstecken. Ah. Oha. Ein TM-180... Eisenbahngeschütz. 300... Drehstoff ist auf 450 Schaden. Okay. Kollege. Das wird nicht einfach. Muss ich euch ein bisschen... ...aufteilen. Okay. Los. Sofort umdrehen. Helde mich zur Stelle. Ihr Jungs braucht Munition. Vorsicht. Wird der Munizier unterwegs. Er ist aber schnell. Oh, er verläht schon. Mist. Ich hoffe, das schaffe ich nicht mehr. Ruppe 1. Er ist schon weg. Nicht weiter, bis er wiederkommt, weil das Geschütze kann alles zerstören. Da warte ich einfach... Ach, das ist jetzt hier. Okay. Dann sag ich jetzt einfach mal... Artillerie bereit. Jawohl. Artilleriestellung bereit. Frohes Jagen. Ich hoffe, ich erwische auch was. Jawohl, ja. Und... Wie Sie wünschen. Gehe hin. Ich sehe nichts. Nein. Okay. Jetzt steckt hier natürlich die Artillerie zu. Super. Dann feuert mal hier hin. Achtung, Artilleriebeschuss. In Ordnung. Okay. Wissen, habe ich was getroffen? Jawohl. Ich schieße noch ziemlich ungenau. Hier einmal hinschießen, bitte. Okay. Na ja, wenn der Russe gute Artillerie hat, dann nehme ich auch Verluste hin. Okay. Kann ich noch verschmerzen. Das eine Geschütze auch noch. Mir bleiben ja noch drei schwere. Da wollen wir nicht mehr verlieren. Klar und deutlich. Und hier kommt jetzt auch keine... Keine Gegenwehr mehr. Das heißt, das scheint ziemlich effektiv gewesen zu sein. So, ihr könnt euch jetzt mal hier auch einschießen. Ich bin hier. Scharfschütze bereit. So, machen wir die hinteren Linien kaputt. Bin dabei. Ich kann hier nicht mehr lange liegen. Feiert ihr hier auch noch drauf? Artilleriestellung bereit. Schauen wir mal. Wahrscheinlich das. Ja. Jawohl. Dann wird er auf den Panzer feuern. Das Panzerfahrzeug. Ich bin hier. Jetzt geht's los. Wie Sie wünschen. Du zerstörst mal das hier. Sag auf Wiedersehen, Welt. Bin dabei. Jetzt geht's los. So, bitteschön. Labt euch. Bitteschön. So. Infanterie ist jetzt nicht weiter schlimm. Jetzt geht's los. Artilleriestellung bereit. Das ist langsam langweilig. Angreifen. Aha. Bin dabei. Oh, nein, 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 nein. Fuck it. Zu weit vorgewagt. Okay. Jetzt kann man es allerdings wagen. Mach ich. Panzerangriff. Sind nur BT-7. Du darfst dich hier verbarrikadieren. Der verliert gleich wieder. Ja. Zurück. Rückzug. Kommt da nur einer? Anscheinend. Friedrich kommt jetzt. 109er. So, dann zurück. So. Mir hat natürlich die Infanterie gefehlt. So, darfst du hier mal... ...aufmischen. Ja, hier ein bisschen was draufhämmern. Hier. Ah, das ist die Bienen, die jage ich gleich auch mit den Granaten hoch. Genau. So. 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 Hier mal sagen, da hinfeuern. Ja, Kommandant. Bereit für den Kampf. Kein Problem. So, dann machen wir jetzt mal einen kombinierten Angriff wieder. Ihr seid jetzt mein Trupp 2. Rück ich hier hin vor. Ja, nicht mal viel über. Oh, es ist doch nicht wahr. Jetzt kommt hier schon wieder eine IL-2. Egal. Macht die Friedrich hier fest. Hier rein. Hier rein. So, hier war noch Infanterie. Kommandant. Und hier auch. Kümmer mich drum. Bereit für den Vorstoß. Wir sind dabei. Ziel zerstört. Kann losgehen. Machen wir in der Slim zur Hölle. Genau zwischen die Augen. Hier ist die Basis zurück. Genau. Macht die mal schön fertig. Dann zieht euch zurück. Dürft ihr auch so machen. Erstatte Bericht. Bereit. Sind wir schon da? Infanterie bereit. Los, los, los. Marsch Richtung hier hin. Bereit. Sofort. Melde mich zur Stelle. Fahrer meldet sich zur Stelle. So, und ihr dürft hier jetzt mal Minen räumen. Verstanden. Wird die Stimme schon gewaltig. Oh, fuck it. Okay, dann noch schnell Rückzug. Das sind PE-2s. Hey, einer schmiert ab. Alles klar. Jawohl. So, was ist das hier für ein Schnellkürzel? V. So, einmal schnell reparieren hier. Woher noch wieder Reparaturen? Nein. Dann sofort zurück. LKW hier. Wir sind unterwegs. Hier. Bestätigt. Kaff bereit. Mache ich. Infanterie bereit. Kommandant. Gehst du jetzt hier hin? LKW hier. Sind unterwegs. LKW hier. Schon auf dem Weg. Bereit für den Vollstoß. Kauf bereit. Wir sind dabei. Warte auf Befehle. Wie lauten die Befehle? Wo werden wir gebraucht? Melde mich zur Stelle. Bereit. Jawohl, Kommandant. Hier. Ihre Befehle. Sofort. Erstatte Bericht. So, dann geht ihr hier hin. Ja, Kommandant. Wir werden sehen. Artilleriebesatzung hier. Schon unterwegs. Artilleriebesatzung hier. Das ist nicht möglich. In Ordnung. Ja, dann dreh halt, Mensch. Das ist ja... Nicht auszuhalten. Hä? Fehlgeschlagen? Ist das Fehlgeschlagen? Ja, was soll das denn? Kann doch gar nicht sein. Durfte ich die nicht angreifen? Infanteriebereit. Ja, egal. Schaffen wir auch trotzdem. Kampfbereit. Jawohl, Kommandant. So, dann Panzer und Infanterie. Wir müssen von irgendwoher beschossen. Ja, kommandant. Ja, kommandant. Wir sind eingegraben. Bereit für den Furchtrund. Für den Sieg. Bereit für den Kampf. In Position. Wie lauten die Befehle? Nein. Kann losgehen. Kann losgehen. In Ordnung. Batteriebereit. Batteriebereit. Oh, das war mein eigenes Geschütz. Klar und deutlich. Kann losgehen. Kann losgehen. Mach dich. Toller Schuss. Was für ein Feuer. Kann losgehen. Wir sind eingegraben. Wirkern. Wirkern. Ihre Befehle. Bestätigt. Ihre Befehle. Verstanden. Wo werden wir gebraucht? Artilleriebesatzung hier. So. Wir sind dabei. Bereit. Hier. Kommandant. Infanteriebereit. Hier hin. So, jetzt muss ich hier eigentlich nur noch mit einem Minenräumer ran. Weil hier werden wieder hundertprozentig Minen sein. Genau. Nee, hier sind keine. Dann geht er hier hin. Genau, hier sind noch welche. Bestätigen. Hier noch welche? Ja. Sind unterwegs. Das war hier mal. Erwarte ihre Befehle. Jawohl. Bestätigt. Wir kriegen das fix wieder hin. Verstanden. Wo werden wir gebraucht? Kann losgehen. Wir sind dabei. Hier hin. Wie lauten die Befehle? Kein Problem. Wir sind fehlabend und die Befehle. Wir sind dabei. Warte auf Befehle. Bereit für den Vorstoß. Gaff bereit. Jawohl. So, wo ist denn jetzt... Melde mich zur Stelle! Batterie bereit. Wo ist denn... Puh. Jetzt muss ich mal überlegen. ein Panzer verloren. Eine Flock. Und eine Artillerie. Die können als Versorgern dienen. Aha. Mehr brauche ich als... Zu mehr brauche ich die gerade nicht. So. Und du hier als... Aufmunitionierer... Bestätigt. Sag ich jetzt mal. So. Befehle? Unterwegs. Möchtest du auch hier hin? Ihr Jungs braucht Munition? Bereit. Wir sind unterwegs. LKW hier. Vorsicht mit der Munition. Melde mich zur Stelle. Ja. Bestätigt. Ja, hier hin. Bitte. Genau. Erstatte Bericht. Kommandante Befehle? Hier hin. Dann kommt hier der Krankenwagen hin. Ihre Befehle? Werden die alle geheilt allmählich? Melde mich zur Stelle! Alles klar! So. Die hätte ich gerne auch noch. Geschütze feuerbereit. Auf, auf, auf! Wir können uns hier nicht eingraben. Nee? Wieso denn das? Auf, auf, auf! Kannst du hier nicht eingraben. Nein! Zurück! So. Nicht weiter. So. Jetzt aber. Gut. Äh... Melde mich zur Stelle! Batterie feuerbereit! Melde mich zur Stelle! Ich mache einen LKW hier. Ich mache einen LKW hier. Ich mache einen LKW hier. Befehle? Bestätigt. Ich kann das sogar tragen. Das ist gut. Melde mich zur Stelle! Schon auf dem Weg! Warte auf Befehle! Kommt hier noch eins. Hier eins mit. Bereit für den Vorstoß! Hier eins. LKW hier! Befehle? Kannst du hier auch munitionieren. Bereit für den Kampf! Panther hier! Jawohl, Kommandant! Befehle? LKW hier! Sofort! Bereit! Ja, Kommandant! Batterie bereit! So... Eins... ...zwei... Das ist die Frage... Hier einmal Artillerie wieder hin. Sektor Artillerie. Ich weiß ja nicht, was mich da erwartet. Panther hier! Dann... Vorröck bitte! Bestätigt! Wir werden sieben! Warte auf Befehle! Bestätigt! Bereit für den Vorstoß! Bereit für den Kampf! Wir werden euch! Du gehst hier zwischen... Wo werden sie hier gebraucht? Du gehst hier zwischen... Ja, Kommandant! Kampfbereit! Alles klar! Kann losgehen! So... Wir werden über das Feld vorrücken... Bereit! Der Info geht es bald wieder besser... Befehle! Batterie bereit! Hier! Artilleriebesatzung hier! Ihr seid hier! Ja, gut! Artilleriebesatzung hier! Sag ich mal, du greifst hier an! Batterie bereit! Du hier! Artilleriebesatzung hier! Du ebenso! Schon unterwegs! Erstatte Bericht! Verstanden! So, und hier oben... ...habe ich ja auch noch Infantrie! Er rückt hier auch runter... Bereit! Unterwegs! Vorsicht! Ich halte mich zur Stelle! Und hier habe ich noch ganz viele Geschütze... ...die will ich noch haben! Bereit! Kommandant! Hier! Jawohl, Kommandant! Ihre Befehle? So! Infanterie bereit! Stürmen! Ist es noch weit? Ihre Befehle? Verwundet! Ja, ich weiß, dass du verwundet bist, aber nicht doll, du Depp! Batterie feuerbereit! Batterie feuerbereit! Geben Sie uns ein Ziel! Einsatzbereit! LKW hier! Geben Sie uns ein Ziel! So! Auf, auf, auf! Zu Befehl! Oh, jetzt ist die Reichweite größer! So! Melde mich zur Stelle! Aha! Ihr Jungs braucht Munition! Artillerie bereit! Und hier eine Pack hin! Bereit zum Einsatz! Hier eine Pack! Geben Sie uns ein Ziel! Und hier kommt eine hin! Nur falls von da noch was kommt, möchte ich wenigstens ein bisschen Widerstand haben! Einsatzbereit! Feuerbereit! Batterie feuerbereit! Auf, auf, auf! Okay! Auf, auf, auf! Fertig! Gut! Dann... Du auch noch im Sturm! Du auch noch! Würde ich sagen! Hier geht... Warte Pause! Angriff nach hier! Und hier macht auch einen Angriff! Nein! Ach, egal! Ja! Hier hin! Hoffen wir, das wird jetzt nicht zu viel... ...schwere Artillerie sein! Dahin schießen, bitte! Ja, das ist ja ein leichter Widerstand, so! Oh, da waren auch wieder Minen! Ja, klasse! So, dann geht ihr mal hier rein! Ihre Befehle! Alles bereit! Bereit für den Vorstoß! Hier! Sofort! Ihre Befehle! Infanterie bereit! Erstatte bereit! Ihr Wohlkommander! Das müsste ja hier nicht mehr so viel sein! Dann kann ich ja wieder vorrücken, ein Stück! Äh, du holst mal bitte... Ah, die Flagg brauche ich hinten! Müsste ich alles mitziehen! Lkw hier! Mach ich jetzt auch! Lkw hier! Einpacken! Einpacken! Wir sind weiter wegs! Einpacken! Hier! Aha! Hier! Alles klar! Artillerie-Stellung bereit! So! Einsatz bereit! Gut, zählst bitte hier auf die Straße! Ich will hier keine Überraschung haben! Bereit! Ihr Jungsbrot-Munition! Panzer hier! Ja, komm! Ich auch bereit! Panzer hier! Alles bereit! Lkw hier! Lkw hier! Auf in den Krieg! Sofort! Wir sind unterwegs! Jetzt aber schnell! Batterie hier! Einsatz bereit! So! Lkw hier! Kann ich hier noch was haben? Aha! Geben Sie uns ein Ziel! Ne! Hier am besten! Jawohl! Fertig! Batterie hier! Sofort! Vorsicht mit der Munition! Sofort! Alle hier raus! Die werden versorgt! Kann losgehen! Jawohl, Kommandant! Vielleicht mal mit denen bis hier vorrücken, denke ich. Das wird gehen! Da ist auch nichts mehr! Erwarte Ihre Befehle! Bereit für den Kampf! Können wir die Stellung eigentlich auch noch angreifen? Die Frage ist jetzt nur, wie viel Flak ist hier drinne? Hm... Kann ich Bomber anfordern oder nicht? Kann ich Tiefflieger anfordern oder nicht? Erstmal verliere ich die Artillerie. So... Befehle? Ihr kommt nach hier unten. Alles klar! Lkw hier! Melde mich zur Stelle! Lkw hier! Sofort! Ihre Befehle? So... Verstanden! Ich habe hier irgendwo noch... Lkw hier! Genau, die habe ich hier noch. Wir sind unterwegs! So... Melde mich zur Stelle! Sofort! Hier! Befehle? Oh nein, ich habe einen besseren Platz für euch. Hier, da ist Platz. Schon auf dem Weg! Lkw hier! Sofort! Melde mich zur Stelle! Lkw hier! Kann ich hier auch gleich eine Flak positionieren? Lkw hier! Schon auf dem Weg! Holst du gleich hier auch noch, Muni? Lkw hier! Sofort! Hier! So... Ihre Befehle? Wird gemacht! Du kommst hier in den Wald... Befehle? Wir sind unterwegs! Ich mache mal ein Nickerchen. Lkw hier! Befehle? Unterwegs! Schön alles verstärken. Wir sind unterwegs! Du hier auch. Ihre Befehle? Geschütze feuerbereit! Fertig! Jawohl! Mach ich! Auch hier, dass ich ganz vergessen. Reparaturen der... Unterwegs! Batterie hier! Fertig! Hier! So... Befehle? Versorgst hier... Ne, ich brauche ja einen Trupp, der hier reingeht. Jawohl, Kommandant. Weil dann... Ansonsten kann ich das irgendwie nicht ausschlachten. Also hier nicht aufrüsten. Bereit! Jetzt geht's. Ohne Truppen sieht man... Geht das nämlich nicht. Ja, Kommandant? Äh... Hier hin. Wir sind dabei! Melde mich zur Stelle! Batterie hier! Wir sind unterwegs! Hier! Alles klar! Artillerie-Stellung bereit! So! Wir sind dabei! Jawohl! Stellung fertig! Befehle? Aha! Da! Da! Melde mich zur Stelle! Und da! Jetzt habe ich ja immer noch hier einen Versorgungs-Lkw. Ich kann ja immer noch hinstellen. So... Melde mich zur Stelle! Der Fahrer meldet sich zur Stelle! Vorsicht mit der Munition! Alles klar! So... Brauche ich jetzt noch was? Mal schauen! Am besten wäre Aufklärer! Hier hinschicken vielleicht? Erstmal! Verstanden! Aber nein! Ah! Verdammt! Artillerie-Stellung bereit! Bestätigt! Hier hinschießen! Bestätigt! Das ist eine hochfliegende Artillerie! Also hier ist auf jeden Fall noch Infanterie ganz viel! Gucken wir mal! Nimmt die da auch was auf? Ne, natürlich nicht! Wiegt er nur außen rum? Aber jetzt aber... Oh! Kurz posieren! Okay, eine leichte Pack! Infanterie in dem Haus! Ein KV-2! Kriege ich kaputt! Infanterie und Panzer sind verdammt gefährlich! Mach ich das jetzt einfach so? Präzise und schlag hierhin! So, tut mir leid! KV! Aber du stehst mir im Wege! Und hier die Flak! Auch gar nicht gesehen! Kann ich ja eigentlich damit vernichten! Hier einmal hin! Bitte! Dahin! Dahin! Jetzt kommt die erst! Verstanden! Kommandant! Dann würde ich sagen... Machen wir einen kombinierten Angriff! Brauche ich die Truppen? Schicke ich die noch los? Ne, die lasse ich so! Lade ich noch, bis die nächste Luftunterstützung da ist! So, und dann schicke ich... Tiefflieger rein! Oh, wie? Das ist ein Flieger! Die kam doch gerade erst! Die wollen mich doch verscheißern! Ah, den KV habe ich erlegt! Erwarte ihre Befehle! Kann losgehen! Mache ich! Bereit! Hier! Verstanden! Panzer hier! Wirdkimmer! Bereit für den Kampf! Da bitte hin! Gaffst bereit! Ja, Kommandant! So, Bahnhof ist eingenommen! Verteidigen Sie die Verteidigung im Norden! Erwarte ihre Befehle! Achso, beseitigen Sie die Verteidigung im Norden! Okay! Ja klar, komme ich jetzt mit meinen Stux hin! Ja, Kommandant! In Position! Ziel zerstört! Wir sind dabei! Kampfbereit! Wir sind eingegraben! Alles klar! Äh... So, könnt ihr mal den Rest der Stadt sichern! Oh nein! Rein da! Infanterie bereit! Verstanden! Bereit! Äh... Hier mal nachgucken, was hier ist! Hier! Verschiedene Häuser besetzen! Kommandant! Ihre Befehle! Hier! Das hätte ich gerne sehen, dass ich das hier besetzt! Bereit! Alles klar! Bereit zum Einsatz! Bereit zum Einsatz! Bestätigt! Bereit! So! Bereit für den Vorstoß! Warte auf Befehle! In Position! Machen wir in der Sleeve zur Halle! Dann könnt ihr hier auch nochmal vorrücken! Alles bereit! Bestätigt! Hier! Kommandant! Das Motorrad fährt auch mit! Eine Stuka nur noch immer! Na gut! Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott! Ich hab mich da nicht so noch nicht angestellt! Aber Verluste gehören dazu! Mein Gott! Ein bisschen geschafft! Und den größten Teil hab ich immer noch behalten! Mh... Ja, mal schauen! Das ist eine ziemlich lange Folge wahrscheinlich geworden! Schaut jetzt einfach mal was... Wie lange die jetzt geworden ist gleich und was wir bekommen haben! Okay! Bekommen haben wir nichts! Ja, verlorene Einheiten! Hab ich drei Stück verloren! Davor wurden die befördert! Oh, nächstes Kapitel! Schauen wir mal! Kharkov 1942! Werde ich mir für jeden nochmal ganz kurz hier runterscrollen! Kann da immer ja anhalten! Und... Schauen wir mal! Ich bin mal gespannt, was uns da für Einheiten erwarten! Oh ja! Also, das ist cool! Es gibt jetzt Nebelwerfer! Raketenwerfer... Äh, ein schlagertriebener Raketenwerfer, der entwickelt wurde, um feindliches Personal und leicht gepanzerte Ziele in großen Zwiebeln zu zerstören! Er war den sowjetischen und amerikanischen Raketenwerfern hinsichtlich Gruppierbarkeit und Wirkungsbereich unterlegen, war aber dafür treffsicherer! Ähm... Find ich schon ziemlich gut! Reichweite ist gering, aber... Hallo? Ist ein Nebelwerfer? Leichte Haubitze... Pan... Äh... Haubitze auf Fahrgestell... Wespe! Ist dann quasi die... Äh... Ersten Haubitzen, die wir bekommen haben im Spiel! Nur auf einer Lafette drauf! Oh! Ha! Und zeitgleich bekommen wir auch noch die schweren Panzerhaubitzen Hummel! Äh... Auch nicht schlecht! Eigentlich super Geschütze! Mh... Das ist die Frage natürlich... Die ganz schweren Geschütze möchte ich jetzt nicht aufgeben! Aber irgendwas werde ich aufgeben müssen! Wahrscheinlich doch eine schwere Artillerie und... Äh... Eine schwere Artillerie und die Dings... Eine Flakkanone! Panzer... Ja... Wie gesagt... Können wir uns jetzt... Totschmeißen mit! Die Stücks haben wir jetzt auch... Okay, gut! Ganz interessant! Ähm... Ich glaube als nächstes werde ich die... Das hier machen... Artillerie beschützen! Weil ich will unbedingt Nebelwerfer haben! Und... Dann speichere ich dafür erstmal! Und würde sagen... Danke, dass ihr zugeschoppt habt! Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben! Das würde mich sehr freuen! Oder wenn es euch nicht gefallen hat, auch einen Daumen nach unten! Und... Ähm... Ganz besonders auch über geschriebenes Feedback würde ich mich freuen! Nicht nur über Symbolisches! Und... Äh... Ja... Bis dahin würde ich sagen! Habt noch einen schönen Tag! Und bis zum nächsten Mal! Zu... Let's play with the Witzkrieg! Bis dann! Bis dann!